In diesem Video schauen wir uns an, wie wir den Pact 2021 Fehler Widget-Anmerkung nicht innerhalb eines Formstrukturelements beheben können. Wir öffnen das Dokument in Adobe Acrobat Pro und im rechten Seitenmenü geben wir Lese ein. Wir öffnen dann die Lesereihenfolge-Funktion und sobald das Leserichtung-Fenster geöffnet ist, wählen wir das Formularfeld aus und wählen dann Formularfeld im Leserichtung-Fenster aus. Wir schließen das Leserichtung-Fenster wieder und suchen dann nach der Tags-Funktion. Und hier im Tag-Strukturbaum sehen wir auch schon unser neues Formularfeld-Tag. Dabei ist wichtig zu wissen, dass ein Formularfeld-Tag normalerweise nie alleine in der Zeile steht, sondern eher einem Absatz-Tag untergeordnet ist. Also ziehen wir das Formularfeld in den Absatz-Tag und ordnen dann den Inhalt des Absatzes. Danach speichern wir das Dokument, prüfen es nochmal mit dem Pakt 2021-Checker und wie ihr sehen könnt, ist der Fehler nun behoben. Weitere hilfreiche Lösungen findet ihr auf meinem YouTube-Kanal in der Playlist Barrierefreies PDF. Der Agreement Der Agreement Vielen Dank.